Herzlich Willkommen zu diesem Video. Es handelt sich um das erste Video aus einer Reihe, wo ich dir zeigen möchte und wo ich dir Informationen geben möchte zu Karten im Geschichtsunterricht. In diesem ersten Video von diesen sieben Videos geht es um den Zweck von Karten. Das heißt, wozu brauche ich überhaupt Karten? Der Zweck von Karten besteht darin, dass man sich orientieren kann. Das heißt, mit Hilfe einer Karte kann man besser nachvollziehen, wie zum Beispiel früher Völker in der Völkerwanderung unterwegs waren oder in welcher Richtung sich ein Land ausgebreitet hat oder inwiefern es hier zum Beispiel zu einer Veränderung von Zuständen kommt. Also zum Beispiel der Größe eines Landes, inwiefern sich Grenzen verschoben haben, wo es zum Beispiel in einem bestimmten Jahrhundert Handelsrouten gegeben hat und inwiefern sich diese Handelsrouten dann, diese Handelswege dann verändert haben. So gab es zum Beispiel dann in der frühen Neuzeit noch einen besonders regen Handel im Mittelmeer und später dann durch die Entdeckung von Amerika hat sich teilweise dieser Handel dann auf den Bereich zwischen Europa und Amerika verlagert. Also besonders große Gewinne konnte man machen, wenn man irgendwelche Handelsrouten nach Amerika dann aufgebaut hat. Hier sehen wir eine Karte mit einem Kompass und das verweist dann darauf, dass genauso wie bei einer Wanderkarte es auch bei unseren Karten im Geschichtsunterricht darum geht, dass man sich orientieren kann, dass man besser etwas sehen kann, was sich einmal getan hat. Hier haben wir ein Beispiel, eine Karte aus den sogenannten Napoleonischen Kriegen, das heißt, die Auseinandersetzung, die Napoleon als Herrscher von Frankreich dann letztlich mit ganz Europa dann gehabt hat. Und wir sehen hier eine Karte mit dem Bildtitel Europa 1812. Wir haben hier heroben Norden, wir haben hier im Rechts den Osten, dann hier haben wir Westen links und unten haben wir Süden. Das heißt, wir können uns orientieren und wissen dann zum Beispiel, dass Dänemark nördlich von Deutschland sich befindet. Wir wissen, dass sich Preußen im Osten von Deutschland befindet. Wir wissen, dass sich im Osten dieser Karte dann Russland befindet. Wenn wir uns hier diese sogenannte Legende anschauen, dann sehen wir hier, wenn wir dieser roten Linie folgen, dass es sich hier um eine Kennzeichnung der Gebiete handelt, die mit Frankreich verbündet waren. Wenn man sich das genau durchliest, steht hier Frankreich und seine Verbündeten vor Napoleon-Russland-Feldzug 1812. Das heißt, wenn ich eine Karte lesen möchte, muss ich natürlich auch dementsprechende Zusatzwissen schon haben, um besser mit den Informationen der Karte etwas anfangen zu können. Aber ich sehe dann, welche Gebiete hier in Europa mit Frankreich verbündet waren. Dass hier zum Beispiel Spanien dazugehört, weil es innerhalb dieser röttlichen Linie sich befindet, aber zum Beispiel jetzt nicht Portugal, dass auch nicht England Teil dieses Bündnisses zum Beispiel ist. Und hier sehe ich ebenfalls, wenn ich mir die Legende anschaue, steht hier Frankreich 1804. Wenn ich dann genau nachschauen, die Farben dann vergleiche, die hier eingetragen sind, dann sehe ich dann, dass hier Frankreich diese Größe gehabt hat 1804. Und das ist dann innerhalb weniger Jahre, das heißt von 1804 bis 1812, eine Erweiterung des Einflusses von Frankreich bzw. in Napoleon gegeben hat. Diese Gebiete hier in Norddeutschland dann oder in Holland, Niederlande, hier Niederlande und dann Deutschland, kommen dann 1810 zu Frankreich. Und es gibt aber auch nicht nur Gebiete, die direkt Teil Frankreichs werden, die, sondern die abhängig sind von Frankreich. Das heißt, die eigentlich eigene Staaten sind, aber lässt sich dann doch sehr stark davon abhängig sehen, was Frankreich möchte. Wie hier zum Beispiel Schweiz, das Königreich Italien und andere Staaten. Napoleon hat es also, wenn man sich die Karte hier anschaut, geschafft, eine große Koalition zu schließen oder zu erzwingen, um dann den Krieg gegen Russland dann zu beginnen. Und das waren hier eben jetzt Beispiele dafür, welchen Zweck Karten haben können. Also wir können uns orientieren. Wir wissen, wo etwas ist auf einer Karte, wenn wir etwas über eine Zeit erfahren wollen. Das wäre dann die Orientierung. Und wir können ebenfalls Veränderungen genauer betrachten. Hier zum Beispiel die Ausbreitung des Einflussgebietes von Frankreich. Hier zum Schluss noch einmal Verweis auf die von mir verwendeten Medien in diesem Video. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video, bis zum zweiten Video aus meiner Reihe. Und da geht es dann darum, Karten sind nicht neutral.